Hallo ihr Lieben, willkommen zu ClipSmoke, mal wieder zu einem kleinen Quatsch-Video. Ihr seht, bin ich leider alleine. Dennis ist wieder am studieren, hat deswegen etwas weniger Zeit als vorher und daher werde ich mir zwischenzeitlich mal kurz einen kleinen Gast eingreifen. Den möchte ich euch jetzt natürlich vorstellen. Quasi das unfreundliche zweite Ego. Unfreundliches zweites Ego nennt er mich. Unfassbar. Ja, im Endeffekt sieht es so aus, dass wir euch jetzt hier in dem Video ein bisschen vorstellen wollen, was es alles noch in nächster Zeit kommen wird, was es alles in nächster Zeit gibt. Habe ich aber ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf euch dazu erzählen, das macht er. So sieht es aus, wenn man alles reinmachen muss. Wir haben für euch natürlich mal wieder ein paar Tabaksorten geholt, wo wir hoffen, dass euch das Interesse da auf jeden Fall beherrschen wird, um euch das Video anzugucken. Wir haben uns ein bisschen an die neuen Starbaksorten angetraut. Neu in Anführungszeichen. Die sind ja jetzt schon ein bisschen was draußen. Da haben wir zwei für euch. Wir haben von dem Agelini haben wir zwei neue Sorten da. Drei, vier. Vier neue Sorten. Fünfte kommt sogar wahrscheinlich in der nächsten Woche. Dann haben wir noch ein bisschen was von Malwaha da. Und wir haben von Kaya netterweise noch den neuen Blog-Aussatz von Ihnen geschickt bekommen. Funktionsweise im Endeffekt ähnlich wie ein Lotus. Reden wir dann aber drüber, wenn das Video dazu rauskommt. Das sind eigentlich so die neuen Sachen, die in nächster Zeit kommen werden. Was ich natürlich noch erzählen möchte, ist, dass wir auf jeden Fall auf der Messe sein werden in Frankfurt. Und uns dort ein bisschen umschauen werden für euch, um dann auch euch ein Video präsentieren zu können, was wir alles so gesehen haben, was wir erlebt haben. Wird wie so ein kleines Tagebuch im Endeffekt ablaufen. Wird eigentlich eine Woche danach rauskommen. Damit ihr da schon mal mit Bescheid wisst. Ja, haben wir sonst noch was? Ja, natürlich haben wir sonst noch was. Das Wichtigste hat er natürlich wieder vergessen. Möchte nicht unfreundlich sein und hier mal alles direkt euch erzählen. Und dann vergisst er die Hälfte. Das Wichtigste für euch wird natürlich wahrscheinlich sein, dass wir noch ein Gewinnspiel für euch haben werden. Das wird dann in den nächsten Wochen publiziert. Werden wir euch auf jeden Fall zeigen, was es da schönes zu gewinnen gibt. Und ich hoffe, dass es dann im Endeffekt so abläuft, dass der Gewinner sich darüber freut. Ja, schlimm wenn nicht. Na? Na? Siehste? Geht doch. Du kannst auch nett sein. Mann, ey. Gut. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen über das, was kommen wird, ins Lichte gesetzt. Und ja, ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit dem Video habt. Mal ein bisschen was zur Lachen zwischendurch. Nicht mit ihm. Aber naja, reden wir ein andermal drüber. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und ja, man sieht sich. Ciao, ciao.